Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 445. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der leicht schläfrige Basti. Gude und Grüße, mein Lieber Gott. Und der hochmotivierte Marvin. Ja, das ist aber sehr optimistisch. Irgendeiner muss ja hier motiviert sein, wenn ich es schon nicht bin und Basti hier so im Halbschlaf. Immer, immer, auf jeden Fall. So ist es doch hervorragend. Ja, bevor wir gleich über Fußball reden, natürlich obligatorisch ein bisschen Housekeeping. Wir haben wieder fleißig Unterstützung von euch da draußen bekommen und ich möchte auch in dieser Saison die neu gewonnene Tradition fortführen, dann auch namentlich den einen oder anderen zu erwähnen. Und diesmal habe ich mir stellvertretend für die ganze Bande da draußen rausgesucht, den Andreas, den Thomas, den Erik und den Antonius. Die kamen nämlich mit so kleinen Sonderspenden um die Ecke und sorgen damit dafür, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht reden können. Vielen Dank dafür. Mega, vielen Dank. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir direkt mit dem Thema an und sprechen über die Eintracht. Und wie ich das von einem der weltbesten Moderatoren gelehnt habe, fangen wir an mit der Frage, was lief denn gut, Marvin? Was lief gut? Ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ein paar Punkte, auch wenn wir ja gestern bei Fußball 2000 live eher doch schnell in die Negativrichtung gegangen sind. Aber was für mich ganz gut lief, ich muss sagen, ich finde es gut wie Heuge gefällt mir ganz gut. Ich finde Lindström macht einen guten Eindruck, das sind so positive Aspekte. Wir kombinieren uns bis zum 16er ganz gut, dann sehen wir diese Problematik, über die mit Sicherheit auch noch gleich sprechen. Das hat mir aber trotzdem ganz gut gefallen. Ich fand auch die Idee mit Rustic und So, So mit einer Passquote von 82 Prozent, 11 Kilometer gelaufen, ist wirklich jemand auch, der die richtigen, per so richtigen Zeit gespielt hat. Basti hat es ja gestern gesagt, so ein bisschen der General, finde ich auch. Also es ist schon so ein bisschen Feldherr-mäßig da gewesen am Samstag, das finde ich gut und Rustic hat sich da auch ganz gut eingefügt. Also das sind so die zwei positiven Punkte, die ich mir nennen würde. Ja, ich finde auch, ich finde die Eintracht hat eine neue Dimension in ihrem Spiel eröffnet. Also wir haben ja immer sehr flügellastig gespielt und ich weiß noch, wie oft wir uns aufgeregt haben, über 700.000 Flanken und so ein bisschen Eindimensionalität im Spiel. Ich finde, es wurde ein bisschen erweitert durch dieses flache Kombinieren durch die Mitte teilweise mit diesem, wie Marvin es schon angesprochen hat, das sind halt auch geile Kicker. So, du merkst schon, dass da echte Schnicker zusammen sind. Würde ich auch unter Positiv abheften und ansonsten auch, dass die Abwehr einigermaßen stabil war. Klar, Augsburg hatte so zwei, drei Halbchancen und durch Trab einmal diese Einladung da fast ein Supertor zu machen. Aber ansonsten muss man ja sagen, hat diese Abwehr, wo man ja vielleicht so ein bisschen Zweifel hatte, sind die da alle hinten in Form, hat auf jeden Fall fast gar nichts zugelassen. Hatte das immer im Griff, die Eintracht war überlegen, so ein Spiel kannst du auch irgendwie gewinnen mit ein bisschen Glück. Dann hat man wenigstens diese drei Punkte und noch ein bisschen Ruhe sich erarbeitet, bis dann endlich vorne jemand kommt, weil das, glaube ich, dann trotzdem gezeigt hat, okay, so ganz ohne Stürmer geht es halt nicht. Da kannst du noch so gut kombinieren, wenn du dann irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mangel an Wucht vorne hast. Ja, das ist halt genau das Ding. Ich meine, du bist bis zum Sechzehner gut kombinierend unterwegs gewesen und dann siehst du plötzlich, okay, was mache ich denn jetzt? Und da waren auch Einzelfehler dabei, beispielsweise von dem eingewechselten Kamada, wo du sagen würdest, okay, spiel doch da hin, Jungs. Spiel doch den Ball nach links, Alter. Ich habe geschrien, ey, weil es ja diesen Ball nicht abgespielt hat. Also meine Fresse, ey. Also auch wirklich blöd. Also das sind so Dinge, wo du denkst, du spielst hier gegen einen Augsburg, das gar nicht dieses typische Augsburg. Gegen uns ist, weil die sind ja immer giftig gegen uns. Da haben wir auch schon echt beherbe Niederlagen einstecken müssen. Gut, das hängt dann damit zusammen, dass sie natürlich auch eine Adalas hatten, so, ja, aber Marco Richter beispielsweise nicht da, ja. Aber trotzdem ist es so. Ja, und sie hatten ja auch im Spiel auch die ein oder andere Verletzung. Also sie hatten ja einen Niederlechter, der auch früh raus muss und dann hat sich ja der im Mittelfeld verletzt. Das komme ich gerade nicht auf den Namen, verdammt, ich hatte es vorhin auch nachgeguckt. Spieler X. Spieler X, genau. Das war ein Sendungstitel. Nee, wer war es denn? Ach, ich weiß es nicht mehr. Also da waren die ja auch durchaus ein bisschen da an der Stelle einfach, ja, vorsichtiger. Es gab ja auch die ein oder andere gelbe Karte. Also die waren tatsächlich nicht so sehr am Spiel beteiligt, wie man es vielleicht hätte denken können oder erwarten können. Ja, vorsichtig ist natürlich sehr nett formuliert für eine Mannschaft, die meiner Meinung nach gar nichts vorhatte. Also das war schon arg destruktiv. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man vielleicht die ganzen positiven Sachen, die wir gesagt haben, ein bisschen relativieren muss, weil ein wirklicher Stresstest war es halt nicht. Ja, du musst es halt auf jeden Fall in Relation setzen. Letzte Woche Dortmund war natürlich eine komplett andere Nummer. Da waren wir halt vogelwild unterwegs. Hier waren wir jetzt geordnet. Aber wie du schon sagst, das war jetzt kein wirklicher Belastungstest für diese Viererkette und auch für die Defensivarbeit im Mittelfeld. Weil dafür konnten wir ja schon eigentlich relativ frei walten und schalten. Umso bitterer ist es eigentlich, dass da halt am Ende keine zählbaren Punkte wirklich draus geworden sind. Das ist tatsächlich das Schlimmste, was bleibt, weil ich glaube, dass wir alle damit gerechnet haben, dass wir jetzt hier keine perfekt eingespielte Mannschaft sehen, die Augsburg her spielt und wir 5-0 gewinnen. Das war glaube ich klar. Hat sich ja in den letzten Wochen angedeutet und das ist auch ganz normal. Neuer Trainer, viele neue Spieler in der Startelf. Aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn du einfach diese Punkte trotzdem irgendwie in diese Entwicklungsphase mitgenommen hättest. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es hätte auch den einen oder anderen Spielern, dem Trainer und halt auch dem System so ein bisschen mehr Credits dann einfach auch gegeben, wenn du da halt einfach die vollen drei Punkte mitgenommen hättest. Und da hätte sich am Ende auch keiner beschwert, wenn das Ding halt einfach dreckig bei irgendeiner Ecke in einem Freistoß oder halt eben dieser vergebenen Karmada-Chance da irgendwie reingegangen wäre. Da hätte sich keiner beschwert. Und dann wären wir einfach viel zufriedener jetzt unterwegs. Das ist halt das Bittere. Das war halt über beide Strecken schon ein Spiel auf ein Tor. Natürlich hatte Augsburg auch ihre Chancen, aber jetzt nicht so in diesem Maße. Wir haben 21 Torschüsse. Da ist nichts von richtig krass gefährlich gewesen bei der Eintracht. Aber du siehst, dass der Offensivdrang deutlich eher auf Seiten der Eintracht zu spüren war. Allein von der Ballbesitz waren wir auch bei 62 Prozent. Auch hier merkst du, das ist eine deutliche Verlagerung bei der Eintracht gewesen. Und jetzt hast du dich natürlich nicht wirklich belohnt. Man muss aber auch sagen, ja, das wird trotzdem noch kommen. Ich sehe die Ansätze. Ich glaube, da ist definitiv viel da. Aber die Puzzleteile müssen noch mehr ineinander greifen. Und genau darüber, da haben wir auch eben schon im Ansatz gesprochen, darüber muss nachgedacht werden. Und da werden die Verantwortlichen sich natürlich auch schon massiv Gedanken machen, dass da vorne noch was passiert, der diese Ansätze, die bis zum 16er gut laufen, dementsprechend dann auch veredeln kann. Ja, also man muss natürlich auch dazu sagen, um das nochmal in Relation zu setzen, das ist jetzt der zweite Spieltag. Es war zum Beispiel von ihm, dessen Namen wir letzte Woche versucht haben auszusprechen, wo ich mich jetzt nicht nochmal dran versuche. So das erste Spiel tatsächlich von Anfang an. Das erste Mal jetzt auch mit dieser Viererkette. Also da ist natürlich noch viel erst am Werden. Ja, von daher ist das, glaube ich, auch oder sollte nicht vergessen werden. Glaubt ihr denn, dass das jetzt so der Startschuss war, um wirklich in diesem System Viererkette zu bleiben? Oder war das jetzt erstmal so ein Behilfsmittel, um gegen Augsburg sicherzustehen und Sicherheit zu gewinnen? Ja, eigentlich, wenn du das Thema Sicherheit ansprichst, ist es ja eigentlich das Gegenteil. Weil Sicherheit ist ja die Viererkette, weil das kennt man. Da kannst du, wenn es ganz brenzlig wird, Rasebe in die Mitte stellen, der dann wieder alles ordnen muss, wenn da irgendwas wackelt. Ich fand das eher, das war eben nicht Sicherheit, sondern das war eher ein Experiment zu sagen, okay, gegen Augsburg kann man es vielleicht mal machen. Und ich bin gespannt, ob der das die nächsten Wochen durchzieht. Ich glaube, ehrlich gesagt, der will das aber auch. Wir haben ja immer latent darüber gesprochen. Wir haben alle Transfers, die kamen, haben wir so bewertet. Du hast jetzt mit Heuge auch jemanden, wo du denkst, okay, der ist wahrscheinlich kein Schienenspieler, sondern der ist halt links oder rechts außen nur und nur offensiv. Und Lenz kam, der auch auf der linken Seite meiner Meinung nach nicht genug Offensivpower für eine Fünferkette hat. Also viel, viel, viel hat darauf hingedeutet. Borei meiner Meinung nach auch, weil meiner Meinung nach ist es ein zweiter Stürmer. Also es läuft, glaube ich, viel auf dem 4-4-2 hinaus. Und ich bin gespannt, ob das jetzt anfängt in den nächsten Wochen, dass man das öfter sieht. Ich bin da sehr gespannt, weil ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, er wird mit der Mannschaft auch sprechen. Und eventuell werden wir es auch immer vom Gegner abhängig machen, zu sagen, okay, wir spielen auswärts beim schweren Gegner. Da ist halt vielleicht noch die Fünferkette da, um ein bisschen mehr Stabilität zu kriegen und vielleicht zu kontern. Und bei Heimspielen dann so. Also ich bin froh, ehrlich gesagt, wenn die Eintracht ein bisschen mehr Flexibilität hat, als es die letzten Jahre unter Kovac und Hütter teilweise war. Und Glasner ist auf jeden Fall schon jemand, der zumindest in den ersten drei Spielen ja auch zeigt, okay, er erklärt ziemlich genau, was er vorhat. Er erklärt auch, was nicht geklappt hat. Und er macht viel im Spiel auch, dass Veränderungen stattfinden. Und das finde ich bis jetzt positiv. Ja, und die Hierarchien sind relativ flach, muss man sagen. Denn auf der einen Seite ist es ja so, dass wir in der letzten Saison regelmäßig in Kamada haben spielen sehen, der eigentlich immer gespielt hat, wenn es die Möglichkeit gab. Jetzt ist er aber plötzlich draußen, weil wir andere zwei Spiele haben, die vielleicht da mal kurz reingehen können, die vielleicht mal eine ganz gute Alternative sind. Und da gibt es eine relativ flache Hierarchie. Das finde ich sogar ganz interessant. Das birgt auch die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren. Wir haben eben über die Viererkette gesprochen. Lenz ist jetzt beispielsweise mal ein Linksverteidiger gewesen. Und Kostic ein bisschen weiter nach vorne gezogen. Ob sich Kostic jetzt wunderbar entfalten konnte, darüber kann man geteilter Meinung sein. Da muss man aber auch sagen, dass Kostic im Endeffekt halt nicht den Abnehmer gerade hat, was ein bisschen ein Problem ist. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn wir hier weiter testen. Wir müssen wahrscheinlich auch weiter auf der Rechtsverteidigerposition testen, die für mich, obwohl sie nicht die wichtigste Position am Spieltag gegen Augsburg war, aber mit am schlechtesten aussah. Also da ist irgendwie noch kein klares Mittel gefunden worden. Du hast Möglichkeiten mit Schändler, du hast Möglichkeiten mit Durm, und du hast eine Option mit der Costa. Aber irgendwie so richtig zündet es da noch nicht. Nee, ich war ganz froh, dass ich mir letzte Woche gesagt habe, dass Durm da spielen wird. Dann konnte ich hier noch rechtzeitig in meine Kick-Base-Mannschaft packen. Von daher habe ich da zumindest die Punkte mitgenommen. Aber sowohl Durm jetzt bei dem Spiel als auch der Costa bei dem Spiel davor, wobei, wie gesagt, Dortmund und so weiter, haben mich nicht so wirklich überzeugt auf der Position. Ich weiß nicht, ob das jetzt an den Gegnern an den Tagen lag oder irgendwie an dem noch nicht so verinnerlichten System. Aber so richtig, wie du es gesagt hast, gezündet, hat er noch keine der beiden Varianten. Was mich da halt auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Es ist eine mindere Problemstelle, aber es ist halt auch eine, Bastiener. Ja, es ist halt aber auch schon ewig so. Also wir haben gefühlt so viele Alternativen wie auf keiner anderen Position, aber keine von denen ist wirklich unfassbar geil. Ja, das war richtig. Meine Hoffnung ist noch ein bisschen, weil was wir noch nicht wirklich oft ausprobiert haben, ist tatsächlich Touré auf der Rechtsverteidiger-Position. Er hat auch immer diese Schienenspieler-Position gehabt, hatte da teilweise gute Spieler, mal weniger gute Spiele, ist dann irgendwie immer wieder rausrotiert worden. Vielleicht ist es so, und ich glaube in Monaco hat er das auch hauptsächlich gespielt, vielleicht ist er einfach ein Rechtsverteidiger, dass er nach vorne gar nicht so viel machen muss und dass er vielleicht dem Rechtsaußen, je nachdem, wer dann da spielt, den Rücken frei halten kann. Also für mich ist das noch eine Option zu sagen, okay, vielleicht klappt das. Also Touré, ich war eigentlich immer ein großer Fan, bin ich weiterhin, wenn er irgendwie diese Flecken, was er teilweise rauskriegt und eine Position hat, die ihm vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht besser liegt, haben wir dann da vielleicht auch einen gefühlten Neuzugang zu sagen, okay, links Lenz, rechts Touré und dann dementsprechend die Innenverteidigung und vielleicht ist das die Viererkette, die wir am häufigsten sehen werden. Zumindest habe ich das irgendwie ein Gefühl. Darauf würde ich mich sogar sehr freuen. Würde ich ganz gerne mal sehen, Touré in dieser Viererkette. Warum nicht? Sollte man mal ausprobieren. Wenn wir ehrlich sind, so vielleicht der Spieler sogar mit dem meisten Talent auf der Position. Meine Meinung. Ja. Also von den Alternativen, die wir im Kader haben, zumindest ganz weit mit vorne, würde ich sagen. Du hast es gerade angesprochen, Innenverteidigung war jetzt am Wochenende Ndika und Hinteregger. Also auch damit so ein bisschen die Abkehr von diesem. Zwei Linksfüße dürfen nicht zusammen in der Innenverteidigung spielen. Oder war das jetzt aus der Not gedrungen? Ne. Also meiner Meinung nach kannst du weder Ndika noch Hinterger rausnehmen. Deswegen musst du wahrscheinlich in diesen Sorgen Apfel beißen. Ich glaube, aber ich würde die tauschen. Ich glaube, Ndika hat sich ein bisschen schwer getan. Ich glaube, Hinti könnte das vielleicht ein bisschen besser. Aber du hast teilweise bei Ndika schon gesehen, dass das für ihn eine Umstellung ist. Und dass man auch gesehen hat, warum Hüther das eventuell nicht wollte. Weil es ist schon so, dass das was anderes ist in der Spieleröffnung und dem Anlaufen. Da muss Ndika sich auf jeden Fall reinfuchsen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Hinteregger es besser könnte. Also die würde ich eventuell tauschen. Aber ansonsten, also nur, um jetzt den Rechtsfuß zu haben, würde ich jetzt keinen vom Bein rausnehmen. Weil wir haben über Ndika immer gesprochen. Und für mich ist das die Ndika-Saison jetzt. Zu denken, okay, hat sich immer näher in die Mannschaft reingekämpft. Hat auch diverse Täler durchschritten. Hoffentlich war das Teil seiner Entwicklung. Und für mich ist Ndika ein absoluter Baustein. Also da würde ich gar nicht mehr diskutieren wollen, ob er jetzt Stammspieler ist oder nicht. Für mich ist einfach Ndika gesetzt. Und ich will es sehen und bin dann gespannt, bei was für einem Marktwert wir im nächsten Sommer sprechen und wie er dann in der Viererkette zurechtkommt. Genau. Also nochmal vielleicht nach Vollständigkeit halber, Hinteregger hat mehr links gespielt und Ndika mehr rechts. Und du meinst jetzt eben tauschen, dass Ndika die Linke in Verteidigerposition nimmt. Genau. Ja, und dann auch von Anfang an gespielt der Herr Rustic. Letzte Woche hatten wir ja so ein bisschen bei der Aufstellung gerätselt. Ich hatte das ja mal in den Ring geworfen, weil uns das ja auch als Alternative zugetragen wurde. Da wurde ich hier fast verbal gesteinigt. Jetzt hat er doch gespielt. Basti, du bist ja großer Freund des Herrn Rustic. Wie hat er dir denn gefallen? Ich fand, dass er es gut gemacht hat. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Spieler, der hat was Besonderes. Den kann man nicht so leicht einkategorisieren. Kann ja auch viele Positionen begleiten. Ist auf jeden Fall jemand, der auch mal schießt endlich. Also von ein bisschen weiter weg. Für Standardsituationen ist er, glaube ich, auch ganz brauchbar. Aber ansonsten muss ich leider auch hier relativieren. Ich weiß es nicht. Augsburg war jetzt nicht so, dass die wirklich so Stress gemacht haben, dass man sagen kann, okay, can you do it on a cold night in Dortmund? Ich weiß es nicht ganz genau, ob Rustic das drauf hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Alternativ. Und ich war sehr überrascht, weil es ist ja schon sehr, sehr offensiv. Die Eintracht hat ja praktisch ohne Sechser gespielt. Weil die beiden, So und Rustic, sind ja schon eher Achter. Dafür hat er es gut gemacht. Für mich ist Rustic, ehrlich gesagt, einfach der So-Backup. Weil ich trotzdem der Stabilität wegen lieber einen Power-Sechser neben So sehen würde, damit er auch vielleicht noch ein bisschen entlastet wird, was Spieleröffnung und Defensivarbeit betrifft. Aber es hätte auch keine Bauchschmerzen, wenn zwei Spiele mal Rustic reinkommen würden. Ja, definitiv. Also es ist wirklich so, dass ich sehe, dass wir hier einen Spieler, eine Option haben, der sich auch immer wieder aufdringt. Der überhaupt nicht aufgemuckt hat. Der versucht hat, seine Chance zu finden und zu suchen. Und die hat er jetzt offenbar bekommen. Er hat ein gutes Outing gehabt. Gemeinsam mit So hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Natürlich auch gegen schwachen Gegner. Auch hier müssen wir noch abwarten, wie ist die Feuertaufe, wenn es gegen größere, gegen stärkere Gegner geht, die auch auf einen besseren Tag vielleicht erwischt haben. Dann weiß ich es nicht. Dann würde ich mir noch sagen, es ist mir ein bisschen wackelig. Ja, weil ich glaube, wenn eine andere Kaliber auch in der Europa League noch kommen werden, dann könnte es schwierig werden. Aber trotzdem ist die Option gut. Und was Basti halt sagt, ich glaube, das ist am Ende dann doch durchaus einfach richtig, dass So dann derjenige ist, der gesetzt ist. Und dann im Zweifel, wenn So halt mal nicht spielen kann oder mal ausgewechselt werden muss, ist Rustic derjenige, der reinkommt. Und dann auch diesen Stil dann fahren kann. Trotzdem, wir wissen, Rode fällt länger aus. Keine Ahnung, wie lange das der Fall sein wird. Und aufgrund dessen wäre es natürlich schon sinnvoll, hier vielleicht noch mal nachzubessern. Ein paar Tage haben wir ja im Transferfenster tatsächlich noch. Das ist richtig. Wir haben noch genau eine Woche. Heute in einer Woche ist Schluss um 18 Uhr. Wir nehmen hier am Dienstag auf, für all die Leute, die nicht genau wissen, was heute ist. Ja, also für mich ist es ehrlich gesagt auch zwingend, dass die älteren zwei Spieler heute in Stilmonten sagst du, eigentlich drei oder vier. Ja, gestern ist dir aufgefallen, dass es noch ein bisschen mehr eigentlich bräuchte. Ja, also gestern ist mir tatsächlich aufgefallen. Von dem Innenverteidiger, also der Innenverteidiger ist jetzt bei mir auf die Priolisse vier gerutscht, weil ich sage, okay, bei der Viererkette, du hast halt vier Innenverteidiger für zwei Positionen, das könnte reichen, wenn du halt, dann hättest du Tuta und Ilse auf der Bank, damit kann ich leben, sage ich mal. Also da würde ich jetzt irgendwie keine schlaflosen Nächte haben. Aber auf jeden Fall, was eins und zwei Prior fast gleichwertig ist, ist ein Sechser, weil Rode halt verletzt ist, plus der Stürmer sowieso. Und eigentlich hätte ich gerne noch einen Backup-Mittelstürmer. Und da haben Marvin und ich gestern auch ein bisschen über Ackmann diskutiert und eigentlich wäre er fast ideal gewesen zu sagen, okay, er ist quasi der Stürmer hinter dem Stürmer, weil wir machen uns nichts vor, wenn wir jetzt einen Mittelstürmer holen und der verletzt sich oder der braucht ein bisschen Zeit, dann ist das halt unsere Aufstellung, die wir jetzt gesehen haben. Und meiner Meinung nach, ich bleib dabei, reicht das nicht. Also für mich reicht das überhaupt nicht, dass du mit diesen drei kleinen Spielern da vorne spielst. Klar kann das mal funktionieren, aber du beraubst dich halt selber mehrerer Möglichkeiten, wie Marvin es gesagt hat, Kostic flankt, keiner da. Weil das wird trotzdem auch immer noch ein Stilmittel sein, egal wie geil du jetzt irgendwie im Zentrum kombinieren kannst. Manchmal wirst du halt nicht durchkommen, dann musst du ein bisschen auf die Außen verlagern und da wäre es schon geil, wenn du ein bisschen mehr Wucht im Zentrum hättest. Aber ich glaube, wir haben es jetzt auch schon erschöpfend behandelt. Die Eidracht wird das wissen. Und ich rechne ehrlich gesagt, damit es noch drei Spieler kommen, zwei Stürmer und ein Sechser. Oh krass. Also du gehst wirklich davon aus, dass zwei Stürmer kommen. Das wäre natürlich auch heftig, weil es dann auch bedeuten würde, was machen wir denn dann mit dem Stürmergewusel von den Leuten, wenn sie dann wieder zurückkommen. Also dann wird Ali Ackmann dann auch Probleme haben, sich dann erneut in diese Mannschaft zu spielen. Aber gut, ich glaube, das ist dann Talk von übermorgen. Vielleicht kann man halt einen ausleihen. Ja, genau. Du kannst vielleicht einen, der ein Jahr hier ist und dann irgendwie einen fast verpflichten. Ja, es macht ja jetzt auch, du musst natürlich auch gucken, das war so der Gedanke, den ich vorhin hatte, als Basti angesprochen hat. 4-4-2, das bringt ja jetzt auch nichts tonnenweise an guten Spielern auf die Bank zu setzen. Und du hast ja relativ wenig Möglichkeiten, wenn du in so einem 4-4-2 spielst. Die Abwehr haben wir gerade eben besprochen, die hat sich quasi schon damit aufgestellt. Du hast einen So, der auf jeden Fall auch gesetzt ist. Du hast einen Kostic auf links, an dem keiner vorbeikommt. Gut, auf rechts hast du eventuell noch die Option. Dann hast du noch die Position Neversow, das wäre dann so der Power-Sechser, von dem ihr gesprochen habt. Und dann die beiden Stürmer. Dann bleiben halt zwangsläufig Spieler auf der Strecke. Was machst du mit einem Kamada? Ist ein Lindström dann eher der zweite Stürmer oder die Alternative auf rechts? Also, ich glaube, so viele Optionen hast du dann da halt auch nicht mehr. Und tonnenweise Spieler da irgendwie für teuer Geld auf die Bank setzen, ist auch schwierig. Verstehe ich. Vielleicht gehe ich von dem zweiten Stürmer, den man verpflichten müsse, weg und man kann Ache da hinstellen. Was mich ein bisschen gewundert hat, als Ache reinkam, dass er auf rechts gespielt hat. Das hat mich gar nicht gewundert. Ich glaube tatsächlich, dass er hinter hier Jens Peter derjenige ist, der da auf rechts gedacht ist. Dafür hat er ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, nicht die technischen Fähigkeiten. Also, Schnelligkeit hat er. Ja. Aber für den Rechtsaußen ist er mir tatsächlich fußballerisch zu schwach. Das ist so ein bisschen die Frage, was der Plan ist. Also, wenn der Plan halt tatsächlich ist, von rechts halt mehr nach innen zu ziehen und dann hinter den Stürmern oder tatsächlich als zweiter Stürmer zu agieren, kann es das schon bringen. Also, halte ich jetzt nicht für so ganz abwegig. Ja, also, ich würde schon sagen, dass Ache für mich immer jemand ist, den man reinsetzen kann. Ich will ihn ja sehen, da gehe ich ja so ein bisschen konträr zu Basti, der ja nicht ganz so groß ein Fan von ihm ist. Ich kann das auch nachvollziehen, die Stichproben, die wir momentan bekommen haben, sind ja noch einigermaßen dürftig. Aber ich hoffe da, dass da mehr passiert. Aber klar ist auch, liebe Leute, je nachdem, wo wir uns halt festsetzen wollen, wo wir uns sehen, ist es halt natürlich auch so, dass wir sagen, wenn wir jetzt kein, wenn wir noch einen Stürmer bekommen, auch dann ist die Frage, ist das eine absolute Vollgranate? Und dann ist es natürlich schon so, dass du dann zurückfällst, wenn er halt ausfällt. Das ist halt genau das Ding. Also, deswegen hat ja Basti vollkommen recht, wenn er sagt, ja, vielleicht sollte man sogar über zwei Stürmer nachdenken. Vielleicht kannst du auch eine Festverpflichtung tätigen und einen, der dann vom Laster fällt, durch das Leihkarussell, weil andere Vereine vielleicht irgendwie ein paar Millionen einsparen wollen, in der Corona-Situation, die immer noch nicht einfach ist. Vielleicht fällt da noch was runter, das kann ich mir auch vorstellen. Dann hättest du zwei Stärkere und dann wird es natürlich Sinn machen, sich auch gedanklich weiter woanders zu positionieren. Also, es ist nicht einfach. Ich sehe beide Möglichkeiten. Ache sollte man trotzdem immer mal wieder reinwerfen. Ja, du musst ihn quasi reinwerfen. Also, der ist jetzt dann auch in einem Alter, wo er einfach Spielpraxis braucht. Im letzten Jahr haben wir ihn verliehen. Wenn du den Move mit dem Verleihen jetzt nicht nochmal machst, erstens hast du ihn dann gewaltig in der Entwicklung ausgebremst und zweitens wird der Spieler halt auch einfach unruhig werden, weil der will ja auch Fußball spielen. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, der hat auch sehr viele Vernetzungen die ganze Zeit gehabt. Also, ich meine, ist natürlich auch so und das ist auch vollkommen cool, dass die Eintracht gesagt hat, ja klar, mach Olympia, alles schön und gut, aber wir wissen, dass er auch dadurch, dass er davor bei der U21 war, eine Vernetzung zugezogen hat, die dann dazu geführt hat, dass er für die Eintracht nicht großartig starten konnte, dann kam er wieder zurück. Jetzt war er bei Olympia, dann hat er der Eintracht in der Vorbereitung ein bisschen gefehlt. Also, es sind halt beide Sachen, es ist halt schwierig, das in Einklang zu bringen. Ja, man kann halt auch nicht warten, also man kann jetzt nicht sagen, okay, wir warten jetzt, bis du da bist und dann gucken wir mal, ob du Leistung bringst oder nicht. Das ist so ein bisschen blöd. Ich meine, man kann nur elf Leute spielen lassen, die Eintracht spielt den Europapokal. Ich weiß nicht, ich würde nicht auf ihn setzen. Also, klar, wie Marvin es gesagt hat, der kann mal reinkommen, der ist auch wichtig, der ist auch geil schnell und der hat auch zumindest eine Präsenz da vorne, aber meiner Meinung nach, sagen wir mal, ich blende aus, dass er für mich ein potenzieller Stammspieler ist, hat die Eintracht meiner Meinung nach und dabei bleibe ich. Die Eintracht hat keinen einzigen Stürmer. Keinen einzigen Stürmer. Für mich ist Borey kein richtiger Stürmer. Borey ist für mich eher so ein, ja, ich will ihm nicht Unrecht tun, aber Thomas Müller, so Raumdeuter-mäßig, also der weicht oft auf die Außen aus. Der geht ins Mittelfeld, holt wilde, fordert die Bälle. Also für mich ist das eigentlich ein Mittelfeldspieler, der irgendwie hinter den Spitzen agieren kann und die Eintracht hat überhaupt, ja, Passenz ist ja klar, aber der hat es ja nicht mehr mehr in den Kader geschafft, also kann ich den auch nicht mitzählen. Ach, hat Marvin schon gesagt, und wenn die nicht da sind, wissen wir auch nicht, ob von der Systematik her der richtige Stürmer ist. Also von daher bleibe ich dabei, dass er einfach keinen einzigen Stürmer hat und das ist schon nicht gut. Also das ist schon wirklich was, wo ich, wenn ich sage, bei Innenverteidigung kann ich ruhig schlafen, beim Stürmer nicht, überhaupt nicht. Und selbst wenn einer kommt, ist es so, dass ich denke, ja cool, danke, haben wir jetzt da, aber was ist dann dahinter? Weil du willst ja auch im Spiel die Möglichkeiten haben, zu wechseln. Und wenn du vielleicht mit Acha einen einwechselst, der dann für Kontersituationen gut ist, brauchst du aber eigentlich auch noch jemanden, wo man sagen kann, okay, den kannst du bringen, wenn du dringend ein Tor brauchst. Momentan sind die Auswechslungen so, dass ich nicht das Gefühl habe, ach guck mal, jetzt haben wir noch weitere Offensivpower, sondern im Endeffekt tauscht zu viel eins zu eins. Du kannst aber irgendwie keinen haben, den du dann nochmal reinwirfst, um keine volle Brichstange vorne zu spielen. Ja, du hast recht, also Boré ist halt eher derjenige, der so ein bisschen wuselt und dir fehlt halt tatsächlich der Abnehmer da vorne, der halt einfach in der richtigen Position spielt und die Bälle verwertet. Der wird uns trotzdem noch Freude machen. Also ich glaube, dass Boré, wenn er erstmal einen Partner hat, mit dem er dauerhaft zusammenarbeiten kann, auf jeden Fall. Ja, das definitiv, aber er alleine da vorne ackert sich halt auch ab und wird halt wenig Ertrag an der Stelle bringen, weil er halt einfach zu einfach ähm... Das tut ihm auch nicht gut, ehrlich gesagt. Genau. Finde ich. Also ich finde, das ist ihm auch dann, man tut ihm dann auch Unrecht, weil ich glaube nicht, dass er, wenn ich fragen würde, hier hast du Bock, ich glaube, ich will ganz alleine Mittelsturm spielen. Das ist nicht so sein Ding, glaube ich. Nee, er hat ja auch klar und deutlich gesagt, also zumindestens ist das so überliefert worden in den einen Artikel, den es im Kicker dazu gibt, wo er ja auch klar und deutlich sagt, er hätte gerne einen Sturmpartner. Also er hat klar und deutlich so, wenn das zumindestens, so wie ich das gelesen habe, zitiert worden ist, ist seine Erwartungshaltung schon, dass er da jemanden als Sturmpartner hat, der ihm da quasi unterstützt, beziehungsweise der halt einfach dann so brechstangenmäßig da unterwegs ist und er halt drumherum wuseln kann. Das ist schon so ein bisschen sein Plan. Ja. Ich muss übrigens gerade noch korrigieren, der Fred hat mich gerade im Chat darauf hingewiesen, dass Aachen natürlich nicht ausgeliehen war, da habe ich Käse erzählt, der war einfach nur verletzt. Da hat mein Kopf was anderes draus gemacht gerade. Ja, ich habe das auch geschickt überhört. Aber es gibt ja wieder Menschen, die überhören das nicht. Ja, was halt ein Modell sein könnte, was man glaube ich auch bei Colomois nie gelesen hat, dass es sein kann, dass die Eintracht den zweiten Stürmer, den ich haben will, im Winter erst holt. Ah, okay. Dass man sagt, okay, man guckt, wie die Hinrunde läuft und guckt, ob der neue Stürmer, den man kauft, ob der einfach performt. Weil am Ende ist es halt auch so, sagen wir mal, du landest wieder in Volltreffer wie mit Silva, dann hast du eh nicht dieses Lewandowski-Leitproblem auch. Dann holst du auch jemanden, der nie spielen wird, weil der andere so geil performt. Vielleicht ist das so ein Modell, wo die Eintracht sagt, okay, wir testen in der Hinrunde den einen Neuzüggang und gucken, ob es reicht. Und wenn nicht, holen wir uns noch eine weitere Alternative. Also vielleicht ist das ein Modell, wo man sagt, okay, man schiebt das in den Winter rein. Weiß nicht, ob ich ein Fan davon bin, muss ich mir noch endgültige Gedanken drüber machen. Aber für mich ist es erstmal am wichtigsten, dass einer kommt. Und dann kann man immer noch schauen, wie es weitergeht. Aber dass einer kommt, muss so sein. Und ich hoffe auch. Ja, ich glaube, das Modell, also auf der einen Seite könnte ich das Modell verstehen, weil du natürlich aus deiner wirtschaftlichen Perspektive sagst, du bindest jetzt nicht Geld direkt in einem Spieler und verursachst halt damit Kosten, die du vielleicht am Ende nicht brauchst, weil du eben einen Spieler hast, der direkt funktioniert. Auf der anderen Seite brauchst du halt auch einen Spieler, der direkt funktioniert. Und wir haben es ja auch jetzt oft genug gesehen, der eine oder andere, gerade wenn sie eben aus anderen Ligen kommen, müssen sich erstmal an die Bundesliga gewöhnen, die Mannschaft gewöhnen, an den Trainer, an das System etc. Also ich glaube, wenn du jetzt jemanden direkt aus der Bundesliga hättest, wo du zumindest dieses ich muss mich mit der Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, nicht mehr anfreunden, dann könnte das funktionieren. Ansonsten halte ich das für so einen ziemlichen, also es ist halt ein Münzwurf. Das kann gut gehen, das kann auch schlecht gehen. Das ist so eine 50-50 Chance. Weiß ich nicht, ob ich das so geil finden würde. Bin ich ähnlich wie du unterwegs? Schwierig. Schwierig. Also ich meine, klar, je besser der Stürmer, desto teurer. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Eintracht da Ressourcen auch verfügbar hat. Ich gehe schon davon aus, allein durch Silber, dass dann ein bisschen was übrig geblieben ist, mit dem sie dann auch arbeiten können. Müssen wir abwarten. Aber die Namen, die gerüchtet, ach, warte mal gerade niesen. Die Namen, die gerüchtet wurden, die sind ja tatsächlich einfach, oh, jetzt habe ich tatsächlich gesagt, na super, schon zweimal. Es ist ein Drama. Liebe Leute, ihr habt hoffentlich. Bares Geld hier. Ja, da geht bares Geld flüten. Es ist der Wahnsinn. Aber, es ist ja dann in der Tat dann so, dass man sagen muss, ein Vinicius klingt ja erstmal nach einer krassen Nummer. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spieler, bei dem man sagen kann, den hätte man immer gerne bei der Frankfurter Eintrad auch davor schon gesehen. Ja, aber sowas. Auch andere sind ja durchaus in der Verlosung und da muss ich auch sagen, das klingt alles relativ hochwertig. Basti, oder? Ja, das ist es ja. Und das ist vielleicht auch das, dass man dann nicht zugänglich sein sollte, um zwei zu holen. Und vielleicht hat Glasner ja auch, wie gesagt, ein Alternativband, falls der Mittelstimmer nicht zündet oder irgendwas passiert. Aber der muss auf jeden Fall kommen. Ich glaube, was auch elementar ist, ist, ihr habt aber schon über gebundenes Gehalt gesprochen. Ich glaube, da muss halt auch noch was frei werden. Also ich glaube, du musst patientisch loswerden, du willst vielleicht zuberlos werden, ein eventuelles Kamada noch irgendwo in Gerüchte. Aber zumindest patientisch, Zuber und Younes waren ja am Wochenende auch nicht im Kader und zumindest bei Younes hatten sie ja gesagt, dass er ja auch aktuell für Vertragsverhandlungen freigestellt ist. Ja, aber patientisch zum Beispiel saß auf der Haupttribüne. Also wirklich weg wegen Vertragsverhandlungen war der nicht. Ja, schade. Es ist wirklich schade, weil bei ihm muss man ja sagen, die Möglichkeit, dass er nochmal ran an die Mannschaft wirklich zu einer dauerhaften Alternative wird, die sehe ich trotz dieses Engpasses da vorne glaube ich eher nicht. Und das ist sehr schade. Was eigentlich schade ist, weil eigentlich ist er der perfekte Backup-Mittelspieler. Eigentlich schon. Erinnert dich an das Hoffenheim-Spiel, wo er reinkam und dieses Spiel dreht und so. Also, und er war jetzt auch nicht so, dass er großartig in Erscheinung getreten ist, dass er gemosert hat, wenn er nicht viel gespielt hat. Ich weiß nicht genau, wie es in ihm aussieht. Aber eigentlich ist er ja genau. Der ist groß, Kopfballstark, den kannst du reinbringen. Also eigentlich wäre es auch gar nicht so unsmart, ihn einfach zu behalten und zu sagen, hier Digga, dann reiß dich jetzt nochmal zusammen. Du bist jetzt halt quasi Stürmer Nummer zwei im Mittelsturm. Und am Ende haben wir dann ja schon die Lösung, die wir eigentlich noch suchen. Ja gut, aber irgendwas scheint ja zu sein, dass das nicht der Plan ist. Sonst hätte er ja nicht, ganz ehrlich, wenn du ich als Trainer sehe, da vorne ist eine Lücke, ich brauche hier mal der Großkopfballstark, ist der nicht mosert und dann habe ich einen Spieler und ich setze ihn halt trotzdem also ich habe zumindest nicht gehört, dass er verletzt ist, nicht mit auf den, auf die Bank, sondern er sitzt halt auf der Haupttribüne, dann ist das auch ein sehr klares Signal, dass er da eigentlich keine Rolle mehr spielt. Ja klar, also natürlich genau, genau weil diesen Mangel, den wir hier die ganze Zeit besprechen und er ist trotzdem nicht im Kader, das spricht der Bände. Ja. Aber es ist trotzdem, ach scheiße, nochmal, oh Mann, 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 aber es ist leider ein trotzdem, ah, ist ja schlimm, ich habe es die ganze Zeit gut hinbekommen, Dürfen wir jetzt nicht mehr trotzdem sagen auch, oder was? Wir sollten es vermeiden, es ist das neue Trinkspiel hier offenbar, aber es ist so, dass ich es schade finde, weil die Anlagen, das Potenzial war ja grundsätzlich vorhanden, wir haben auch gute Runden von einem Pastienzjahr gesehen, wo ich gedacht habe, das könnte vielleicht sogar der nächste Spieler sein, der ein Pott Geld zur Eintracht bringt, wir hatten das ja tendenziell gesehen, hätte bei Schalke klappen können, das ärgert mich immer, das tut mir noch weh, schon bitter. Ja gut, aber die 10 Millionen hätten die wahrscheinlich auch irgendwie in 200 Raten a 50 Euro oder irgendwas abgestottert. Ja, vielleicht. Scheißegal, Forderungen kann man auch verkaufen. Das stimmt, das stimmt allerdings, da passt dir, der alte Geschäftsmann. Genau, aber da müssen wir sehen, bei Schalke müsste man wahrscheinlich hohe Gebühren zahlen, weil es ein hoher Risikoausfall ist, aber ja gut. 50-50. Guck einfach, was ihr noch bekommt. Was glaubt ihr denn, wann sich da noch was tut? Also passiert das wirklich alles erst so Richtung Montag, Dienstag, nächste Woche oder glaubt ihr vorher noch? Also ehrlich gesagt hoffe ich, dass das jetzt mal die nächsten Tage passiert. Ich hatte gestern schon den ganzen Tag irgendwie so leichte Hoffnungen, so nach dem Wochenende passieren oft Dinge. Heute wieder nix, morgen, also Donnerstag, Freitag hoffentlich, weil der wird wahrscheinlich eben nicht mit nach Bielefeld fahren, aber zumindest wäre es halt geil, wenn er dann zwei Wochen die Länderspielpause nutzen kann und dann auch nicht weg ist, sondern hier irgendwie, keine Ahnung, die Stadt und die Mannschaft einigermaßen kennenlernen kann, dass du eventuell zu Hause in Stuttgart schon ihn siehst. Also von daher so früh wie möglich, weil ich will auch wieder schlafen irgendwann. Aber es ist ein interessanter Punkt. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass sich vielleicht wirklich Donnerstag Freitag, was tut auch, in den Hinblick darauf, vielleicht gibt es ja Leute und Spieler, die interessant sein könnten für die Eintracht, die dann die Qualifikation entweder zur Euroliga oder zur Champions League gespielt haben und vielleicht auch verloren haben, dass der Verein dann vielleicht auch Geld braucht und dass es dann zu einer Wechselmasse kommen kann, die durchaus interessant ist und die Eintracht wieder in ein besseres Licht rücken könnte, auch finanziell gesehen. Also da gehe ich auch von aus, dass es relativ bald, zumindest mit einer Personalie so ist. Müssen wir mal gucken. Wäre aber ganz gut, ich habe jetzt gesehen, dass bei Venezia FC einer meiner neuen Lieblingsvereine, ich habe ja auch so einen, ja wie soll ich sagen, so eine, was ist das? Ein Zipper. Ein Zipper. Ich habe jetzt einen Zipper von Venezia, ein geiles Trikot und da habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir wenigstens mal den Zipper und die haben einen Spieler verpflichtet, einen Stürmer, den finde ich echt interessant, Thomas Henry heißt der, also nicht wahrscheinlich eher Thomas Henry ausgesprochen, nicht dieser Zusatz, den man in den Gin reinpackt. Und weil die gerade sprachen, ich muss jetzt irgendwie unwillkürlich an Gin Tonic denken. Ja, ja, genau. Aber das Interessante ist, dass die Eintracht selber mal da dran war. Also nicht, es war kein absoluter heißes Gerücht. Ja, ja, Stürmer und hat ja bei Löwen gespielt und war kein absoluter Star-Spieler, sag ich mal, auch schon relativ alt mit 26, relativ alt, das sagt er, der 37 geworden ist. Aber es ist trotzdem jemand, der so ein bisschen den zweiten, späteren Start hatte. Aber bei Löwen hat er komplett gescored über mehrere Jahre und jetzt auch am Anfang jetzt in der Saison auch schon wieder gescored und ist jetzt zu Venezia gegangen. Also die haben da eine ganz gute Verpflichtung getätigt. Mal schauen, ob er sich in der Serie A durchsetzt. Aber genau sowas ist natürlich vielleicht eine Kategorie, könnte man sagen, unter uns, aber trotzdem sehr, sehr interessant und für 5 Millionen gar nicht so viel. Ja. Das Thema, was du gerade angesprochen hast mit vielleicht nochmal bei den Mannschaften gucken, die jetzt Champions League und Euroleague-Quali nicht geschafft haben, da sind ja die letzten Spiele Mittwoch und Donnerstag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Korrekt. Also da könnte sich tatsächlich noch was ergeben. Dann wäre es aber halt nicht Donnerstag, Freitag, sondern dann wahrscheinlich eher so Montag, Dienstag, bis dann da Vollzug gemeldet wird. Und wenn wir schon mal an dem Thema sind, dann dürfen wir auch nicht vergessen, am Freitag 13 Uhr Euroleague-Auslosung. Das ist so gut. Ich freue mich so. Ich bin jetzt ein wenig euphorisiert in blinder Hoffnung, dass wir hier Lose bekommen, bei denen man nicht nur zuschauen, sondern vielleicht auch hinfahren kann. Das ist schlimm, aber ich habe die Hoffnung noch. Ja. Ich gucke gerade, welche Mannschaften hier noch in den Playoffs irgendwie unterwegs sind, auf die man Bock haben könnte. Celtic ist auf jeden Fall mit dabei. Ja, Celtic, Rangers, du hast die Stabuda-Vereine, du hast Piraeus beispielsweise, ist auch ein interessantes Los in Griechenland. Natürlich gibt es dann auch leider einige, also leider in Anführungsstrichen, aber Vereine aus der Champions League, die runterrutschen. Das kann interessant sein, kann auch nervig sein. Ich glaube, Schachtjordanovic ist wieder so ein potenzieller Kandidat, auf die hätte ich überhaupt gar keinen Bock, auch wenn die Ukraine schon cool war, aber vielleicht gibt es das eine oder andere los, was uns überrascht. Basia, hast du da nochmal geguckt, hast du so einen Verein, den du dir ausgeguckt hast oder lässt dich einfach überraschen? Ich muss sagen, ich verdränge das die ganze Zeit so ein bisschen, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich mich nicht freue, weil du hast schon gesagt, man weiß nicht ganz genau, ob man hin kann. Man weiß auch, dass du, Eva, jetzt nicht so ist, dass man sagt, die werden alles dafür tun, dass es Auswärtsfans gibt, also die werden im Zweifel das eher verhindern wollen. Bin sehr, sehr gespannt, was das betrifft. Es ist halt schade, weil es ist schon wieder, erinnert euch an die Fanausschlüsse, die wir hatten, erinnert euch an irgendwelche Restriktionen, die immer da waren. Du hast irgendwie nie so eine sorgenfreie Gruppenphase, sondern es ist immer irgendwas gewesen. Nach Marseille durfte man nicht, dann bei Arsenal London durften keine Fans offiziell rein, bla bla. Und jetzt ist es halt wieder so ein Heckmeck, dass du nicht weißt, darf man überhaupt hin, wie ist es mit der Einreise, bla bla bla. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die noch im Unklaren sind, die so ein bisschen die Euphorie bei mir bremsen, was das betrifft. Aber ich glaube, wenn die Auslosung dann ist und die Lose gezogen werden, bin ich der Erste, der Marvin eine WhatsApp-Nummer mit einem WhatsApp-Chat mit einem Link für ein Hotel und einen Flug schickt, also von daher. Das wäre geil. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, ja, ach nee Leute, das wird nicht passieren, aber wir müssen die Hoffnung hochhalten. Momentan gibt es ja auch einige Staaten, die ein bisschen relaxter vielleicht in gewissen Regelungen sind, in anderen sind die Inzidenzen relativ niedrig, dann kann man überlegen, macht das vielleicht Sinn. Ich würde mich sehr freuen, ich will, will eigentlich schon, dass man zumindest naheliegende Ziele vielleicht doch anreißen kann. Sehe ich das richtig, dass Monaco auch noch runterrutschen könnte, wenn die gegen Donetsk verlieren? Yes. Das wäre natürlich auch ein geiles Los. Monaco wäre echt sehr, sehr spannend mit Kovac natürlich und auch mit der Tatsache, dass es nicht unfassbar weit weg ist. Ja, weiß ich halt nicht, ob du unbedingt hinfahren kannst, ich glaube, das ist bei denen auch noch so ein bisschen schwierig, aber ich finde die Mannschaft halt auch irgendwie interessant. Die haben auch ein paar geile Spieler. Definitiv. Das könnte eine gute Partie werden. Und am Ende bekommen wir Schacht ja Donetsk, müssen wir wieder da hinfahren. Es wird auf jeden Fall eine spannende Sendung nächste Woche, weil nächste Woche wissen wir, was auf dem Transfermarkt passiert ist, wir wissen, gegen wen wir in der Euroleague spielen und wir haben noch ein weiteres Bundesligaspiel hinter uns. Also ich glaube, den Drang nach Informationen und Bewertungen, den viele unserer Hörer haben, den können wir, glaube ich, in den nächsten Wochen viel, viel besser stellen als aktuell noch, weil wir so ein bisschen im Dunkeln tappen. Bewertung, nicht sagen wir mal so, wir wissen, mit welchem Material gearbeitet wird. So, das ist ja schon mal viel mehr als jetzt. Genau, aber bewerten würde ich es tatsächlich noch nicht, weil danach hast du eben diese Länderspielpause, da wird es noch mal mehr gehen, um Systemroutine reinbringen und dann lassen wir noch zwei Spiele abwarten und dann können wir mal so in Richtung Bewertung gehen, aber zumindest mal Klarheit zu haben, was wäre, wo und wann, das wäre schon mal viel wert an der Stelle. Damit auch der Basti morgen wieder kraftvoll einschlafen kann oder wie war das? Ungefähr. Gut. Du hast es angesprochen, bis dahin haben wir noch ein weiteres Bundesligaspiel gegen wahrscheinlich unser aller Lieblingsgegner Bielefeld. Müssen wir ran am Samstag, 15.30. Was glaubt ihr denn, was so bei dem Spiel wichtig ist? Also außer Gewinn und drei Punkte. Tore. Tore. Tore, ja. Tore, okay. Okay. Ja, ich meine, du musst jetzt dahin zurückkehren, dass du regelmäßig mal wieder Tore erzielst und nicht nur Eigentore. Der Gegner kann dir nicht immer helfen. Du musst irgendwie eine Gefährlichkeit entwickeln, bei denen ich natürlich, ich bin da sicher, das ist ein Heuge, das ist ein Lindström, das können die alle. Das können die alle entwickeln. Und Kostec, wenn der ein paar Mal noch draufschießt, wir wissen um seine Tore Gefahr, das ist alles okay, trotz der Tatsache, dass wir nur einen Stürmer haben, aber es muss halt irgendwie doch ein bisschen knacken und es muss auch so sein, dass du jetzt gegen Bielefeld und Augsburg hatten wir mit einer leicht optimistischen Rechnung natürlich mit sechs Punkten gerechnet, wenn es jetzt vier am Ende wären, sind wir auch zufrieden, aber auch, wenn Arminia Bielefeld natürlich ein schwieriger Gegner ist, musst du schon sehen, dass du hier ganz klar ohne Probleme auf drei Punkte spielst und da musst du offensiv halt gewichtig sein. Ich finde tatsächlich auch, dass man diese ganzen aktuellen Diskussionen, die wir haben und die ja auch von der Mannschaft teilweise kommen, zu sagen, okay, wir brauchen noch Zeit und wir werden kommen, bla bla, dass das ein bisschen ausgeblendet wird und einfach ein bisschen tagesaktuell in die Gegenwart geschaut wird, zu sagen, okay, wir brauchen drei Punkte, egal wie, egal was hier noch offen ist, weil die Eintracht muss in der Lage sein, auch ohne Stürmer Arminia Bielefeld zu schlagen und dass man sich nicht so auf dieser Hängematte Perspektive ausruht, zu sagen, ja, das wird sich schon einspielen, jetzt haben wir noch gewinnen no matter what, weil dann hast du schon mal drei Punkte, dann hast du ein bisschen mehr Ruhe, dann kannst du all diese Sachen, die du entwickeln willst, viel ruhiger machen, anstatt dass du da schon Druck auf den Kessel hast, deswegen will ich das auch sehen, gegen Augsburg hat mir das ein bisschen gefehlt, dass irgendwie der Ernst der Lage erkannt worden ist, zu sagen, okay, am Ende, klar waren die ein bisschen sauer, aber man hatte schon Erklärung, nee, also die Eintracht sollen in Bielefeld einfach gewinnen und dann können wir immer noch wieder die langfristigen Diskussionen aufmachen, aber jetzt geht es eigentlich erstmal darum zu sagen, okay, lass uns nicht so nachlässig in die Saison reinsliden, weil es kann halt ganz schnell merkwürdig werden, deswegen wäre es ganz, ganz wichtig, da jetzt einfach zu gewinnen und ich glaube, ich will auch, dass der Fokus darauf gelegt wird und dass Kröschel sich um die anderen Sachen kümmert, aber die Mannschaft und Trainer sich nur um dieses Spiel und nichts anderes. Und das wäre doch klasse, weil wenn du jetzt irgendwie hängen, würgen, brechen, irgendwie drei Punkte holst in Bielefeld, dann hast du ja auch weiterhin viel Ruhe drin. Ich glaube ganz fest an die Führung, die gerade ein Glas an den Tag legt. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, wenn ich mir angucke, wie er mit Spielern spricht, wie er auch auf deren Sentiments eingeht, das sieht alles für mich richtig rund aus. Das können wir noch nicht abschließend bewerten, auch einen Trainer, 100 Tage mindestens, erstmal Zeit geben und dann können wir weiter gucken. Aber es sieht für mich ganz gut aus. Aber auch um weiterhin diese Ruhe einzubringen, wäre es einfach gut, gegen Bielefeld drei Punkte zu holen. Ja. Ja, dem stimme ich zu. Ach wirklich, das ist einfach wichtig, weil wir machen es ja selber, wir spannen ja selber einen größeren Bogen und gucken, ja, dann war Dortmund, dann war Augsburg, wir müssen warten, bla bla, ich will nicht, dass das untergeht, dann müssen wir selber auch drauf achten, zu sagen, ja klar, Stürmer und klar, wird es Zeit brauchen, wird es auch, aber trotzdem, muss die Eintracht einen ganz klaren Plan haben, wie man in Bielefeld gewinnt und ich meine, du hast mit Augsburg schon einen ähnlichen Gegner gehabt, also solltest du da jetzt auch so ein bisschen deine Schlüsse draus ziehen und Bielefeld muss einfach besiegt werden, damit genau, dass das Marvin sagt, eintritt, dass du halt auch Ruhe hast und du hast dann halt auch zwei Wochen Ruhe und dann hast du eine positive Ruhe, anders als wenn du mit einer Niederlage aus Bielefeld dann irgendwie diese Sachen da planen willst, dann hast du zusätzlich noch Unruhe und sonst irgendwas, also von daher, Stürmer holen, Bielefeld schlagen. Ja, das ist es, das ist wichtig und dann geht es weiter und dann ist es ja, ich, natürlich, keine Ahnung, warum das jetzt gerade so ist, vielleicht bin ich jetzt so euphorisiert, weil wir gestern bei Fußball 2000 auch eingiebig und intensiv über diese Mannschaft gesprochen haben und ich glaube auch, dass sich die jetzt ein bisschen weiter drückt, aber ich habe Vertrauen in diese Mannschaft und das muss man ja entgegenbringen, ich habe Vertrauen in die Idee zu sagen, natürlich haben wir viele junge Schnickser, wir haben viele Leute, die das Talent haben, das muss aber alles erstmal zusammenwirken, aber ich glaube, ich bin auch manchmal unzufrieden und ich bin auch manchmal derjenige, der dann sagt, okay, jetzt wird es aber langsamer Zeit, dass wir hier punkten und wenn wir in drei Wochen immer noch mit Null-Niederlagen gestartet sind und der Augsburg-Punkt der einzige war, dann sind wir natürlich auch alle unzufrieden und auch ein bisschen unruhig, aber ich habe halt die Hoffnung, dass wir das jetzt mit Optimismus jetzt durchgezogen bekommen, dass wir sagen, gebt denen die Zeit, für mich ist es ja auch okay, wenn das eine Durchlaufsaison wird. Was glaubt ihr denn, mit welcher Aufstellung wir da am Samstag in Bielefeld antreten werden? Ich gucke jetzt mal in Richtung Basti, der darf mal anfangen. Ich glaube, original die gleiche Aufstellung gegen Augsburg. Also auch so offensiv mit einem Sow und einem Rustic in der Mitte? Vielleicht wird Hasebe für Rustic reinrutschen, ansonsten glaube ich nicht, dass sich viel ändern wird. Finde ich auch gut, weil es hat mir gefallen und wenn wir hier sagen, die sollen sich einspielen, dann müssen die es halt auch machen können. Okay, das heißt, Turm hinten, vielleicht mit dem Wechsel in Dika links, hinterher rechts. Sie schreibt das jetzt hier zumindest mal so auf. Lenz auf links, Kostic auch links, Jens-Peter auf rechts, Soha, Hasebe, Boree und Lindström wieder. Marvin, hast du eine Gegenmeinung? Ich finde die Idee eigentlich so gut. Das Einzige, worüber wir reden könnten, das habe ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, ist, dass wir gucken, was machen wir auf der Rechtsverteidigerposition. Wobei wir auch sagen müssen, Turm ist halt tatsächlich auch einfach derjenige, der sich in den vergangenen Jahren beziehungsweise im vergangenen Jahr halt am meisten angeboten hat. Dann muss man ihm auch diese Chancen auch weiterhin geben, wenn ich merke, dass er in dieser Fähre-Kette so nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, muss man da noch mal neu darüber nachdenken. Aber ich kann auch auf jeden Fall nachvollziehen, weil wir sagen, wir ändern auch da nichts. Kann man machen, muss man nicht. Also insofern gehe ich auch gerne d'accord mit der Ausstellung, die Basti insinuiert hat. Ich muss das sehr genau wissen, weil ich muss dann entscheiden, ob ich Durm oder Da Costa in meiner Kickbase Mannschaft fürs Wochenende setze. Braucht er schon eine Entscheidung. Ich bin überrascht, dass du überhaupt einen von den beiden hast. Ich habe relativ viele Eintracht-Spieler gekauft. Ich habe auch Bore da vorne drin stehen, aber er schießt halt keine Tore. Ja komm, dann nimmer da Costa, weil die Schnelligkeit könnte eventuell für das Spiel gegen die Bielefelder durchaus so ein Vorteil sein. Im Zweifel muss der halt mit dem Ball am Fuß ins Tor rennen. Sonst kann er die Dinger machen. Wäre auch nicht das erste Mal. Heißt übrigens auch wieder, dass ein Kamada nicht von Anfang an spielt. Interessante Sache. Eine Sache, die man vor einem Jahr vielleicht nicht so erwartet hätte. Dieser Number-One-Spot, den er mal hatte, der scheint momentan ein wenig obsolet. Ja gut, wir hatten ja auch im letzten Jahr immer wieder gesagt, dass er nicht so unbedingt der Spieler ist, wo wir das Gefühl haben, dass er sich gut einwechseln lässt, weil er dann auch so ein bisschen am strugglen ist. Ich fand jetzt am Wochenende nochmal unter der Prämisse, dass Augsburg jetzt nicht das Maß aller Dinge ist. Sorry, lieber Augsburger. Fand ich, hat er das gut gemacht. Also vielleicht auch da jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen Weiterentwicklung und da war es wieder das andere böse T-Wort. Ja, wie gesagt, wir arbeiten genau mit diesem Sturm-Duo dahinter beziehungsweise mit den beiden offensiven Mittelfeldspielen arbeiten wir genauso. Ich finde das gut, Lindström, Jens Petter, super, Kostic, Boré, Boré wird sich vielleicht auch gegen einen, ja, anderen Gegner, der mit Bielefeld natürlich auch unangenehm ist, aber vielleicht hat ja Qualitäten, vielleicht gibt es ja doch mal die eine oder andere Möglichkeit. Und was man aber auch mal ganz klar sagen muss, die Eintracht hat ja durchaus auch Chancen über Standardsituationen. Wenn das aus dem Spiel heraus nicht so hundertprozentig läuft, das kann ja sein, das ist ja okay, dann muss ich aber wenigstens versuchen, über die Standardsituationen auch wieder zu gefährlichen Spielsituationen zu kommen. Das heißt, ich muss mehr meine sechs Ecken, die ich beispielsweise gegen Augsburg habe, auch so vollenden, dass sie zu Toren führen können. Ich muss mal sehen, dass ich mir nicht nur im Training super Freistoßvarianten überlege, sondern auch Dinge, die in der realen Existenz irgendwie gefährlich sind, sei es Kostic oder ein Rustic, wenn er spielt. Das würde ich mir auch mal einfach wünschen. Ja, ich glaube aber, dass Glasner das weiß, das hat er ja sogar auch gesagt. Er hat gesagt, wir machen Sondertraining-Standardsituationen. Das finde ich gut, dass er das sagt, weil das haben wir ganz, ganz oft in den letzten Jahren immer wieder moniert, die Eckbälle. Wir haben wieder darüber gesprochen. Ja, Eckbälle, aber wie Marvin auch sagt, auch Freistoß. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch den anderen Freistoß, entweder gingen sie halt weit über das Tor oder sie waren halt einfach zentral auf den Torwart geschossen. Also, da ist auch so ein bisschen andere Erwartungshaltung eigentlich. Aber das Geile ist halt, was Basti sagt, die Kommunikation findet statt. Dass es offen artikuliert wird, dass nicht nur, ja, wachsweiches Gewäsch da unterwegs ist, sondern auch sagt, ja, daran arbeiten wir, das wollen wir verbessern. Und das siehst du tatsächlich dann auch, wenn du dir das Training anguckst. Also insofern eine feine Angelegenheit. Ich bin aktuell einfach ein glasener Freund. Ja, man muss halt sagen, für die aktuelle Situation, in der die Eintracht steckt, sind Standardsituationen immens wichtig, sogar vielleicht wichtiger als in anderen Phasen. Wenn du eh eingespielt bist, brauchst du es vielleicht dann gar nicht so. Aber momentan ist Standardsituation natürlich was, was dir über die ein oder andere uneingespieltheit hinweg helfen kann. Zu sagen, ganz ehrlich, ich stelle dir vor, wir hätten nach dem Eckball gegen Augsburg gewonnen, dann hätten wir hier reden können über spielerische Weiterentwicklung, blablabla und Chancenverwertung. Aber du hättest halt trotzdem 1-0 gewonnen. Was eventuell nichts mit spielerischer Klasse zu tun hat oder eingespielt hat oder Stürmer oder sonst irgendwas, wenn einfach Hinti oder in Dika den Ball reinköpfen. Und vielleicht ist das in Bielefeld echt das, wo man sagen kann, okay, da warte ich tatsächlich nicht nur bei Eintracht drauf, verwundert mich tatsächlich, dass Eckbälle weiterhin im Jahr 2021 auch so stiefmütterlich teilweise behandelt werden. Dass es da nicht wirklich eine Mannschaft gibt, die absolut powergefährlich bei Eckbällen ist. Das ist schon auf jeden Fall bemerkenswert, weil eigentlich hast du ja, du hast ja mindestens so drei, vier, fünf, sechs Ecken pro Spiel. Dass die dann alle immer so harmlos sind, ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Ja, das stimmt. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf und wie ihr zu Recht gesagt habt, es ist gut, dass wir da jetzt auch dran arbeiten wollen. Gerade am Anfang auch. Gerade am Anfang der Saison, wo viele sowieso auch noch nicht eingestimmt sind. Du hast neue Mannschaftsteile, du hast eventuell neue Innenverteidigungen oder den einen oder anderen neuen Verteidiger. die müssen sich erst mal finden und diese in diese Schnittstelle könnte man ja dann mal reinschlagen. Das ist etwas, daran muss man weiterarbeiten. Man muss diesen Weg halt auch einfach mal gehen. Ich denke, sie arbeiten dran, aber wir werden es kritisch begutachten. Das auf jeden Fall und jetzt werden wir uns mal ganz kritisch ein Ergebnis für den Samstag überlegen und da darf jetzt der Marvin anfangen. Na gut, na gut. Ich nehme, ja, müsste der 3 zu 1 wird traurig sein, ich nehme nur ein 2 zu 1 für die Eintracht. 2 zu 1 für die Eintracht. Marvin, äh, Marvin sag ich schon, Basti, bietest du mehr? Ich sag, der Eintracht gewitert 1 zu 0 irgendwie. 1 zu 0 irgendwie. 1 zu 0 nach Meckball. Okay. Ja, nee, Gegentor, Klaasner will nicht so viele Gegentore, wenn wir mit Vierer-Kette spielen, ist das glaube ich durchaus solide. Bielefeld hat jetzt in den ersten beiden Spielen auch nicht so viel, also ich sag, wir gewinnen 2 zu 0. Ich bin ein bisschen optimistischer als hier. Ein Eckballtor und dann, weiß ich nicht, Kostic aus 30 Metern schießt er den Torwart oben links in den Winkel mit dem Ball und einfach frustmäßig draufhaut. Ja, Torwart mit in den Winkel, das klingt nach einem Heiko Lukas-Zitat. Weiß ich nicht, da wäre wahrscheinlich noch irgendwas wie unweigerlich oder unwillkürlich drückte er auf den grünen Hörer und schoss den Torwart, keine Ahnung, irgendwie sowas wahrscheinlich. Naja, Friends, auf jeden Fall haben wir es glaube ich gut zu sagen, fahrst auch mit den Tipps, der andere Muster gewinnen, fertig, sag ich es nochmal. Also da führt kein Weg dran vorbei im dritten Spiel der Saison. Bei den Gegnern darf es keine Diskussionen großartig darüber geben, wie sehr eingespielt die Mannschaft ist. Da musst du halt einfach die Punkte mitnehmen. Alles andere ist nicht dessen gerecht, was da eigentlich passieren sollte. Ja, ich meine, gerade weil wir den ersten Teil ja nicht eingelöst haben, wo wir gedacht haben, naja, vielleicht ist die Möglichkeit jetzt gut da gegen BVB, der noch nicht optimal im Fleisch ist, ja, zu punkten. Das hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir dann wenigstens das andere, was wir gesehen haben, umsetzen. Da hast du halt das Thema, da ist es vollkommen egal, wie gut der BVB im Fleisch ist, wenn halt eben ein Haarland gerade einen guten Tag hat, dann kannst du die anderen zehn Spieler halt auch weglassen. Ist halt so. Ja, also das ist dann halt auch vollkommen egal. Frustrierend. Ja, leider Gottes schon. Leider Gottes schon. Gut, damit haben wir das fußballerische hier abgehackt und haben aber eine gute Tat, über die wir sprechen wollen und da braucht es natürlich den Jingle dafür und der ist exakt hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm gehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. So, Marvin, du hattest hier gerade was reingeschickt an gute Tat. Was genau ist das? Ja, eigentlich nur das, was wir vor ein paar Wochen wahrscheinlich schon mal besprochen haben. Es geht hier weiterhin darum, dass die Flutopfer in Deutschland auch immer noch Spenden und gerade finanzielle, also Geldspenden benötigen können. Das ist noch lange nicht ausgestanden. Wir haben viele Leute sehr, sehr viel verloren und auch ob der Tatsache, dass wir gerade wieder in der Aktualität den Blick wieder zu den Wahlen richten, dass wir den Blick darauf richten, wer dann irgendwie potenziell Kanzler oder Kanzlerin werden könnte. Wir haben jetzt die Afghanistan-Situation, die ebenfalls natürlich eine beträchtliche Schwere hat. Habe ich aber trotzdem gedacht, dass wir nochmal wieder den Blick auch dahin richten, dass die Hochwasserkatastrophe immer noch relevant ist, deswegen Aktion Deutschland hilft. Das ist, da könnt ihr entweder einmalig oder vielleicht regelmäßig was spenden. Ich hatte das jetzt eben auch mal gemacht und ich denke, es schadet einfach nicht. Ich glaube, jeder Euro hilft in der Tat, auch für die Leute, die dementsprechend oder gerade den Leuten, die halt sehr, sehr viel verloren haben. Das waren ja absurde Bilder teilweise. Ich glaube, ihr könnt euch alle noch erinnern, das ist ja gar nicht lange her. Und René, du bist ja irgendwie in angrenzendem Gebiet und weißt, wie viele Leute immer noch ihre Probleme damit haben. Ja, also das ist tatsächlich so, dass das, da war es schon wieder, das Thema ist leider aus dieser medialen Berichterstattung aufgrund von anderen aktuellen Themen rausgerutscht, ist aber halt immer noch in vielen Fällen absolut desaströs. Also in vielen Orten, gerade wenn ich von hier aus so runter ins Ahrtal gucke, ist die Infrastruktur noch nicht wieder vollkommen hergerichtet. Teilweise ist zwar Strom vorhanden, aber noch kein fließend Wasser, kein Telefon, nichts. Teilweise gibt es jetzt Klarheit darüber, wie es mit Häusern, wenn sie denn noch stehen, umgegangen werden kann, ob sie noch irgendwie genutzt werden können oder auch nicht. Ganz viel zeigt sich halt jetzt auch erst so nach und nach und die Leute sind halt einfach wie Marvin zum Beispiel jetzt an einem Punkt, wo es nicht mehr um akute Hilfe in Form von Schlamm wegscheppen oder irgendwas geht, sondern tatsächlich sich jetzt Gedanken darum zu machen, wie man da wieder ein Leben herstellen kann und dafür braucht es halt ganz viel finanzielle Mittel, um diesen Aufbau dann auch dort wieder betreiben zu können. Also von daher ist tatsächlich Geldspenden jetzt so eins der am sinnvollsten Dinge, die man da jetzt tun kann. Und entweder ihr tut das eben bei dem Link, den wir euch da reinpacken, der geht zur Aktion Deutschland hilft. Da habt ihr die Möglichkeit, einmalig oder mehrmalig eben zu spenden oder was ich auch empfehlen kann, ist auf den einschlägigen Social Media Plattformen mal zu gucken. Da gibt es auch ganz oft irgendwelche Hilfegruppen, wo dann zum Teil auch einfach so lokale Aufrufe sind. Wir hatten hier zum Beispiel im angrenzenden Ort einen Autismusverein. Die hatten das Problem, dass denen die Behandlungsräume weggeschwommen sind. Das ist halt ein eingetragener Verein, die sich halt rein von Spenden finanzieren. Die hatten eben für Kinder, die Autismus haben, dort so Praxisräume, die halt komplett weg waren. Für die ist es halt schwierig, dann da wieder was herzustellen. Also da kann man auch gerne mal reingucken. Da gibt es eben auch ganz viele lokale Hilfen, wo kleine Dinge schon viel ausmachen. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, wo man weiterhin ein Auge drauf haben sollte. Und das wird auch noch, muss man ehrlicherweise sagen, teilweise Monate dauern, bis da wieder eine vernünftige Form von Leben hergestellt ist. Ja, über die langfristigen Wirkungen haben wir noch gar nicht gesprochen, was das auch mit der Umwelt macht. Aber auch hier, Bedarf ist einfach finanzieller Ressourcen. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn jemand, ich weiß, es gibt ja einen oder anderen, die vielleicht sogar auch gerade noch ein bisschen Geld gesammelt haben, Geld vielleicht nicht ausgeben haben durch Reisen und so. Wenn da was übrig bleibt, ist das super. Das kann ja jedem selbst offen gestanden oder offen bleiben. Aber ich glaube, daran denken ist auf jeden Fall nicht verkehrt. das auf jeden Fall. Und ich denke, wir werden das auch das ein oder andere Mal hier noch erwähnen. Gut. Haben wir sonst noch Dinge, die ihr hier diese Woche genannt haben wollt? Sei es jetzt gute Taten, Empfehlungen oder sonstige Dinge? Nö. Nö. Ich warte tatsächlich sehr, sehr sehnsüchtig auf irgendein Playstation 5 Spiel, was mich mal greift. Ich bin noch nicht im Vibe. Also das Einzige, was ich spiele, ist in der Tat FIFA. Das hast du ja auch schon immer wieder angesprochen. Aber ansonsten spiele ich nichts, wo ich das Gefühl habe, geil, ich sitze da jetzt tagelang dran. Ich habe da auch vielleicht nicht immer die Zeit dafür. Aber ich würde es gerne. Aber irgendwie so ein ganz schönes Knackerspiel ist noch nicht da. Jetzt habe ich mitbekommen, dass das nächste Wrestling-Spiel, wenn wir davon ausgehen, dass das WWE-Spiel das nächste sein wird, dann wird das erst, glaube ich, März 2022 der Fall sein. Auch hier zieht sich das. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich zumindest in Weihnachten, in der Weihnachtszeit, wenn man da ein bisschen zu Hause rumchillt, vielleicht mal ein bisschen daddeln kann. Auch das ist nicht der Fall. Also 2021 gibt uns wenig. Das heißt, du möchtest jetzt Empfehlungen von den Hörerinnen und Hörern haben für vielleicht geile Playstation 5 Spiele. Habe ich das richtig verstanden? Ja, könnte man mal machen. Ist doch eine Idee. Dann schickt dem Marvin doch mal eure Empfehlungen. Von dem FIFA-Thema bin ich tatsächlich weggekommen. Basti und ich hatten es letzte Woche nach der Sendung kurz besprochen, wir sind beide so ein bisschen im luftleeren Raum. Basti musste sich schmerzhafterweise vom Pro Evolution Soccer trennen und ich habe mich in Form von Kaltentzug von FIFA getrennt. Kaltentzug? Kaltentzug. Keine Post mehr aus Italien. Na, danke. Ich setze alle Hoffnungen in den hoffentlich im November pünktlich erscheinenden Football Manager, um da dann wieder mehrere hundert Stunden drin zu versenken. So der Plan. Na gut. Ja, Basti wartet auch noch. Mal gucken. Ja, wir warten alle, sei es auf Playstation-Spiele, auf das kommende Fußballspiel oder den neuen Top-Spüler, Top-Stürmer. Der Top-Spüler. Der Top-Spüler. Der Top-Spüler. Der Spülkampf. Sehr gut. Wir brauchen einen Top-Spüler und einen Top-Spüler. Und vielleicht kriegen wir auch noch den, wie haben wir ihn vorhin genannt, den Power-Sechser mit dazu. Also es wird auf jeden Fall ein paar spannende Tage und wir werden viel, viel warten. Wir melden uns auf jeden Fall dann in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise. Wahrscheinlich am Dienstagabend wieder pünktlich zum Redline Day. Ich weiß gar nicht, macht ihr von Fußball 2000 wieder eine Live-Sendung? Yes. Also wir sind ab 17.30 Uhr, roundabout 17.30 Uhr sind wir online und am 18.00 Uhr wird ja, da fällt ja der Hammer. Das heißt, wir werden dann bis Viertel nach sechs, halb, sieben, irgendwas in die Richtung dann live sein. Also roundabout dreiviertel Stunde bis Stunde. Und dann hören wir uns dann vielleicht schon mit einem ersten Resümee oder einem ersten Inside-Look, je nachdem dann hier bei dem Eintracht-Podcast live auch in rein Audio, rein digitaler Form, audio-digitaler Form dann hier wieder. Genau, in wunderbarem, buntem Audio könnt ihr uns dann hier hören, wie wir uns über Spiele hoffentlich freuen. Ja, wie gesagt, bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Fußballwochenende und bis in die nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao. Hey, 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 hey ey 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 Bis zum nächsten Mal.